Hallo, herzlich willkommen bei Bruder geht reisen. Heute bin ich wieder in Paris unterwegs und da gehe ich das Schokoladenmuseum in Paris anschauen. Viel Spass dabei! Dann gibt es ganz viele Geschichte über die Herkunft von der Schokoladenbohne. Los Angeles auf Hier kann man sogar Schokolade versuchen. Hier kann man verschiedene Schokoladenverpackungen geben. Hier kann man verschiedene Schokolade versuchen. Hier haben sie coole Bilder gemacht, die ein Video zeigen. Hier kann man sehr spannend sein. Hier kann man verschiedene Schokolade versuchen. Hier kann man verschiedene Schokolade versuchen. Hier kann man verschiedene Schokolade versuchen. Hier sieht man verschiedene Gussformen. Hier kann man verschiedene Schokolade versuchen. Không grandiose Schokolade versuchen. Hier kann man verschiedene Schokolade versuchen. Hier kann man verschiedene Schokolade versuchen. Hier haben wir den Arc de Triumph als Schokolade nachgebaut. Der Eiffelturm darf natürlich auch nicht fehlen. Und dann haben sie sogar noch Kleidung mit Schokolade gemacht. Schuhe gibt es auch auf Schokolade. Und dann zum Schluss geht es noch in einen Souveniershop, da kann man alles rund um die Schokolade kappen. Somit sind wir am Ende des Rundgangs durchs Schokoladenmuseum in Paris angekommen. Ich hoffe euch hat das Video gefallen. Wenn ja, würde ich mich freuen, wenn ihr mich auf meine sozialen Medien abonniert. Besucht meine Website. Bis bald, bei Bruder geht euch. Tschö! Bis bald, bei Bruder geht's. 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 Oh-ooo, oh-oooo, oh-ooo, oh-ooo